He-Man und Masters of the Universe! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Greyskull. Dies ist Gringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, Bei der Macht von Greyskull! Ich habe die Kraft! Quindler wurde zur mächtigen Battle-Kräft und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man of Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Greyskull von den bösen Mächten von Skeletor. Ausführer In der Ver Directory Ausführer